Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind zwischenzeitlich ins Moor zurückgekehrt und stehen hier vor Appis Bunker, denn wir haben ja beim letzten Mal das Verbandenaufspürnetzwerk wieder repariert und sollen das System jetzt neu starten. Also müssen wir hier in Appis Bunker rein, dann gucken wir gleich mal. Aber bevor wir da reingehen, ich habe mich zwischenzeitlich noch um den neuen Skill kümmert, den wir verteilen konnten. Ganz kurz mal zeigen und zwar wir haben jetzt bei Glück den blutigen Tod. 5% Bonusschaden lässt Gegner gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Also soll insgesamt 5% Bonusschaden geben und dann gelegentlich, wenn die Gegner explodieren. Da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall 5% mehr Schaden, das ist ganz wichtig. So, dann gehen wir mal in den Appis Bunker jetzt als nächstes und dann gucken wir mal, dass wir das System neu starten. So, jetzt empfängt uns mal keine Nachricht von Abby. Schade eigentlich, die jetzt fast mit ihr rechnet. Okay. So, mal schauen. Oh, da hängt ja noch eine Notiz. Wo bist du? Lesen wir die mal. Werde ich noch nie gesehen. Okay. Abby, wo bist du? Ich warte schon seit Stunden auf dich. Ich wollte dir etwas sagen, aber ich kann nicht länger warten. Hoffentlich findest du diese Nachricht. Ich habe gehört, du spielst mit dem Gedanken nach Vatoga zu gehen. Tu es nicht. Es ist dort nicht sicher. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es scheint so, als wären dort alle getötet worden. Airfields. Mhm. Airfields. Von hier wollen wir noch gar nichts hören. Der macht sich Sorgen um Abby. Na, hat es den heimlichen Verehrer? Hm? War fast so so zu sein. Oder gewesen zu sein, muss man ja eigentlich leider eher sagen. So. Wollen wir jetzt jetzt mal einen Kakerlaken kümmern, finde ich immer ganz toll, wenn man hier rinkommt. Gut. Also, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, da drüben, meine Terminal. Okay, gut. Wir nehmen hier erst mal noch den Schrott mit. Das ist natürlich immer ja, ja, ja. Also, wie sehen. Ja, schön. So. So. Dann kommen wir jetzt mal ran an die Terminal. Mal schauen. Verbrannten Aufspürsystem Terminal. So. Verbindungsgeräte, Verbrannte Detektoren, Neustart. Ja, wir sollen ja die Neustart auch bloß durchführen. Dann machen wir das. Wenn wir alle möglichen Probleme außer Acht lassen, bist du jetzt offiziell die tollste Person in ganz Appalachia. Und hoffentlich bist du damit nicht allein. Das verbrannten Aufspürsystem funktioniert tatsächlich. Wenn du wüsstest, wie lang wir gebraucht haben, um nur die Hälfte des Systems funktionstüchtig zu bekommen. Die Leben, die es gekostet hat. Mein Bruder. Mein Vater. Und natürlich meine Wenigkeit. Wann immer jetzt Verbrannte in der Nähe sind, werden sie von den Detektoren aufgespürt, die dann eine Nachricht an deinen Pip-Boy senden. Jetzt fehlt nur noch ein Weg, sie abzuwehren. Wenn du das nicht schon gemacht hast, informier dich an meinem Terminal über die Fallen, die wir für die Brandbästchen hergestellt haben. Hoffentlich sind sie noch funktionstüchtig. Sie sind deine beste Chance, mit diesen fliegenden Monstern klarzukommen. Ansonsten waren die Leute von der stählernden Bruderschaft die einzigen mit den entsprechenden Möglichkeiten. Offenbar haben sie nicht durchgehalten, aber sie verfügten über ziemlich viel Feuerkraft. Sie trugen ihr letztes Gefecht im Sumpf an einem Ort namens Fort Defiance aus, aber wegen ihrer Codenamen habe ich keine Ahnung, wo das ist. Ich empfehle, im Camp Venture zu beginnen, Eddys altem Überlebenstrainingszentrum. Ich habe außerdem alle Informationen über die Bruderschaft unter dem Titel Fort Defiance in meinem Terminal gespeichert. Du musst in Camp Venture beginnen, in Eddys altem Überlebenstrainingszentrum. Dort sind bestimmt Informationen zu finden, die dir entsprechende Hinweise geben. Okay, na gut. Dem haben wir ja schon mal vorgegriffen und waren ja schon längst in Fort Defiance. So. Oh, wir haben Bobline für eine Flammenwerferfalle bekommen, Tesla-Bogenfalle und eine leichte Kampfrüstungstorso. Ah ja, regenerieren Kampfrüstertorren. Regeneriert aus der Beskampf des Langsamen Gesundheit. Nun gut. Okay. Gut. So, dann haben wir jetzt noch Uncle Sam finde Sam Blackwilds Bunker. Okay, sind wir mit der Story soweit durch. Ja, wäre jetzt das nächste tatsächlich, der Bruderschaft beizutreten, dass wir alle schon parallel gemacht haben oder dem vorgegriffen haben. Gut. Sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr machen. Da müssen wir eigentlich bis zum Sam Blackwilds Bunker. Da wird uns unser Weg jetzt wieder direkt zum Sassan-Delm-Hotel führen. Mal wieder. Gut. Dann können wir da mal die Schnellreise benutzen und da mal gleich hin. Da können wir da nämlich eigentlich quasi direkt weitermachen. Gut. 17 Kronenkorken und hin da. So. Und da sind wir wieder mal am Sassan-Delm-Hotel. Hervoran. Gut. Ich denke, wir müssen jetzt hier irgendwie in den Wald direkt rein. Schauen wir mal. Na, muss es ziemlich in auch die Richtung sollen. Mal gleich mal hier den direkten Weg nehmen. Mal gucken, wo uns das hinführt. So. Hm. Da ist was. Und da hinten sind auch noch weitere Symbole. Interessant. Aha. Es scheint noch mehr in der Richtung zu liegen, was wir noch nicht entdeckt haben. So. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal Sam Blackwilds Bunker. Oh. Der ist vielleicht ein bisschen besser befestigt zu sein, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken. Mhm. Hat er da oben noch einen Laster. Mal gucken, wie wir da jetzt rankommen am besten. Und da sind wir ja auch in der Nähe. Ja. Katzenhütte. Ja. Gleich. Um die Ecke. Oh. Der Tor kriegen wir so nicht auf. Oh. Guck mal da drin. Da ist ein Durchgang. Ja. Vor. Und an den giftigen Fässern vorbei. An den Strahlenfeld. Oh. 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 Oh Eine Höhle zu sein, dann gehen wir doch mal in die Höhle rein, schauen wir mal. Eine unterirdische Mülldeponie, offensichtlich hier haben sie ihren radioaktiven Abfall abgelagert. Okay, hier ist ein Pulsmiedisch egal, das ist eine gesprungene Schale, dann nehmen wir das mal mit. Okay, aber lass mal hier rüber, also so wie das hier aussieht, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns auch noch an Radix einsehen. Die tickt gar nichts, das ist interessant. Scheint alles schon ausgebrannt zu sein, nöt, so ein Pilze, uah, scheint ein bisschen grösser zu sein. Uah, woher werden wir denn hier den Buga finden, uwe, das ist ja interessant, sieht wer hier überhaupt richtig, oh mein Gott. Mal gucken, ja, muss ja in der Gegend sein, interessant. Oh, war denn da vorne eine Todeskralle? Ja, vorne haben wir eine Todeskralle, okay. Gut, haben wir eine Todeskralle, wir müssen uns um kümmern, eine Alphatodeskralle. Meere, okay. Äh, nicht auseinanderlaufen. Haben wir es erwischt? Ja, ein bisschen haben wir es erwischt. Oh, oh, nicht die Merke jetzt zum Einstoß bringen. Wollen wir mal kurz in die Todeskrallen hier. So, schmeißen wir wieder die Granate hier hin, Mäuschen. Uiuiui. Haben wir keine Granaten mehr? Oh, oh, das wäre jetzt nicht gut. Oh, die Todeskrallen sind jetzt aber ein bisschen harmlos, weil ich nicht hierfür, die machen ja ja nüchst. So, du das Krallenfleisch, mal schnell einpacken hier. Ja, das ist wieder gut. Ja, kein Problem hier. Wie kommen sie überhaupt hier hin? Die müssen hier drin wahrscheinlich mutiert sein. Sonst durch die kleinen Einjagen, die wir hier genommen haben, sind die nicht hier hin gekommen. Und wir haben eine, ah, schnelle, panzerberechnet 10mm Pistole, schwarzen Zitanschrott und lose Zahnräder. Ja, okay, nüchlt. Da oben ist scheinbar ein Zugang, mal sehen. Das sieht interessant aus. Na, gleich mal hoch. Ja, das könnte doch so ein Einjagen sein. Nüchlt, interessant. Ah, wäre ja fast noch spannend, sich den Rest der Hülle hier anzugucken. Hm, gucken wir erst mal hier. Mal hier, eine Aufzugstür, Aufzugruftaste. Drücken wir mal, mal sehen. So, Sicherheitszugangskontrolle. Oh, 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 ich befürchte was. Na, das war ich fast befürchtet. So, da war auch der Quetz der Questbargeran. Jetzt aktualisiert sich gerade unsere Quest, oder wie? Quest begonnen, Bunkerbrecher. Öffne einen gesicherten Bunker und lüfte seine Geheimnisse. Ja, will man ja nicht machen. Was muss man denn jetzt tun? Quests haben wir zwar begonnen, aber da taucht es auch. Da taucht es jetzt auch. Mal kurz mal abwarten. Da ist es. Du suche den Bereich nach einer Möglichkeit, in den Bunker zu gelangen. Aha. Na, das ist ja sehr aufschlussreich. Mehr Informationen habt ihr nicht für uns, oder wie? Oje. Okay, ich wollte es umsuchen, die Hülle mir anschauen. Passt ja. Nun, jetzt. Schauen wir uns mal rum. Da sind wir wieder so Nadel im Heuer auf dem Suchen hier. Wo ist das Licht schon wieder aus eigentlich? Gut. Oh. Das ist aber ein bisschen unübersichtlich hier. Mal schauen. Aha. Hier ist noch ein zweiter Aufzug. Aha. Das heißt, das ist ja schon eigentlich erledigt. Aber Latscher. Und wo geht das andere? Hier kommt bloß raus. Okay. Das ist also, da kann man sich das irgendwie anders hier vereinfachen, reinzukommen. Man nimmt Todeskrallen nicht vorbei. Gut. Auch schon mal was entdeckt, jedenfalls. Alle tübsch beleuchtet hier. Nehmen wir erstmal hier außen lang. Vielleicht findet man hier irgendwas. Oh. Ich bin mal gespannt, was die uns hier wieder suchen lassen. Oh, hier ist ein bisschen neblig in der Hülle. Oh, hier ist ein Schrotthaufen. Nee, Todeskrallen. Das ist ein Schienenbein und eine Schädel-Augenhöhle. Na toll. Nein, auch Hirnpilze. Nicht leuchtende Pilze. So, da oben sind noch Hirnpilze. Und ansonsten ist hier relativ ruhig. Die Maravante oder so hier in der Höhle. Nicht. Da vorne liegt irgendwas. Was ist das denn? Eine Schaufel. Nee. Sieht aus wie ein... Hm. Hier stellen für irgendwas. Ja, wie es wahrscheinlich heute zum Verwandtenaufspürsystem oder so. Perimeterwarnung-System oder sowas in der Richtung. Sind wir von hier reingekommen? Ja, von hier sind wir reingekommen. Okay. Nur zu groß ist es ja nicht, zum Glück. Also, da kann man sich ja nicht so gut verlaufen. Oder ist die Fahrerleitung hier reingekommen? Gucken wir hier oben nochmal, ob hier vielleicht am Haiyan irgendwas ist, was wir hier suchen sollen. Zumindest sind wir auch in der richtigen Gegend. Weil hier irgendwas Grundkorken und Zange. Hm. Das muss ein Fetzen von irgendeinem Karton oder so, wie das aussieht. Aber dem Hammer wäre auch nicht reingekommen. Ja, wir haben das Gegengang sein können. Äh, wie ist das? War das denn da unten? Nee, das ist bloß wieder ein Fetzen von einem Karton. War leere Dosen. Gebeband und Schere hier drin. Hm. Nö. Hier erstmal nix. Na, super. Das ist ja wieder eine prima Quest hier. Ernst toll. Nächste sagen, so ein Bad wonach wir suchen. Suche eine ID-Karte oder suche einen, äh, wie ist, hier ist wieder so was, ne? Hier ist wieder so ein Sensor oder ein Sensor, ein Sensor, ein Sensor, wie wir so schon bei der Quest für die Wunderschaft hatten. Wie sieht das so aus? Holzstaub? Nee. Im Holzstaub können wir da auch nicht rinkommen. Hier ist nochmal ne kleine Höhle, ach, da ist wer, liegt wer, ein Agent, aha, Missionszusammenfassung Blackwell, interessante Rüstung, äh, dann werden wir erstmal die Schrotpatronen nehmen, den Okolala, lassen wir mal da und die Doppeläufige Schrotfilme vereinen und wir haben tatsächlich die gefunden, dann gucken wir mal, der Agent, dem übrigens der Kopf fehlt, äh, da über Blackwell zu sagen hat, das ist eine Holobahn offensichtlich, ja. Agent Gray hier, beginne mit der Missionszusammenfassung. Blackwell wird keine Probleme mehr machen. Mit dem Umgehungsholoband bin ich wie erwartet in den Bunker gekommen. Für zukünftige Modelle würde ich aber eine größere Reichweite empfehlen. Ich musste beim Abspielen auf der Zugangskonsole stehen, damit es funktioniert. Ohne die Köder, die diese Monster abgelenkt haben, hätte auch ich statt des Senators tot sein können. Als ich drin war, wurde ich kurz von Blackwells Laserfeld aufgehalten. Ich konnte aber durch einen Neustart der Stromversorgung meine Freigabe erhalten. Das Besorgen der Zugangskarte für unsere Anlage war nicht ganz so erfolgreich. Ich habe ein Tastenfeld gefunden, konnte aber den Code nicht entziffern. Ich empfehle, dafür einen Spezialisten reinzuschicken. Ich begebe mich zum nächsten Ziel und dann... Moment. Was ist mit dem Strom los? Die Köder! Scheiße! Oha! Okay, also er hat uns einen Teil verraten. Und nicht alles. Okay, und wir haben auch diese Umgehungsholoband bereits finden können. Ich wollte es jetzt noch nicht aufnehmen. Aber jetzt wird das wieder auslöst. Deswegen, jetzt mal abgewartet. Also hier gleich in dem Todeskrallen-Nest, was vor seinem Hundort quasi ist. Da ist eine Umgehungsholoband drin. Da haben wir ja schon mal ein Stück gefunden. Ja, nicht so schwierig. Sich hier alle ganz in Ruhe anguckt. Und so, zack, haben wir das. So, ja, wir haben die Todeskrallen erledigt. Da haben wir also kein Problem mit. Aber dass die Todeskrallen in den Kopf abgebissen haben, das ist ja toll. So, dann können wir da oben rinnen. So, wir sollen das Umgehungsholoband direkt vor der Zugangskontrolle oben abspielen. Na, dann machen wir das doch mal. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen mit der Nummer. Ich bin ja mal gespannt. So, das mal rinnen. Und dann müssen wir das vor der Zugangskontrolle abspielen. So, ja, dann müssen wir das mal abspielen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir dazu nehmen. Wir müssen den Pip-Boy und das Holoband mal raussuchen. Und wir haben das Umgehungsholoband mal sehen. Die Argabe. Aha, das funktioniert. Ja, herzlich willkommen. Betritt den Bunker. Machen wir das mal. Aktivieren wir mal die sichere Zugangskonsole. Also, hier ist Sam Blackwells Bunker kein ordinärer freier Startbunker, sondern schon ein bisschen besser gesichert. Aber ja, immerhin Senator, der kann sich sowas auch leisten. Oder konnte sich sowas leisten. Aber den hat es wohl offensichtlich hier erwischt, als er hier... Aha, da ist eindeutig der Hinweis. Sam Blackwell ist tatsächlich den freien Staaten beigetreten. Sehr, sehr interessant. Hier hat sich den angeschlossen. So. Oh, ein reingangsbereich. Jene, meine Mu. Welche nehmen wir? Erstmal die linke Tür. So. So, wie geht es denn hier lang? Oh. Auf jeden Fall hat er sich von einem größeren Bunker gebaut. Aha, und wie die andere Tür offensichtlich. Okay. Also, hier wird viel Sprung, wie man hier rinkommt. Also, egal. Ne, doch nicht. Aha, 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 aha. Scheint unten nochmal weiter zu gehen. Interessant. Und scheint der Lebens- oder der Wohnbereich zu sein. Und hier oben so ein bisschen der Werkstattbereich, so wie das aussieht. Aha, und da unten noch mal... Ah ja, das war die Sache mit dem Kraftfeld. Okay. So, jetzt noch mal den Bunker erkunden. Na, das machen wir ja gerade. Da sind wir ja gut drin. So. Hochplatte mal mitnehmen. Haben wir nicht hier irgendwelche Terminals, die wir müssen. Hier ist der mit der... Hm, Terminal des Sicherheitssystems. Hm. Dein Skill ist eins. Nun gut. Das ist kein Thema. Da müssen wir uns da vokussend um den Terminal kümmern. Also, legen wir erstmal den Abrissexperten kurz ab. So, mal hier. So, und dann nehmen wir mal den Meisterhacker an. Und den Profi-Hacker. So, dann können wir den Terminal nämlich aufkriegen. So. Lassen wir uns noch nicht von Luft halten. So. Oha. So. Oha. Manuelle Zurücksetzung des Sicherheitssystems. Stromkreisunterbrecher in der Waschküche betätigen. Lüftungsrohr über Generator öffnen. Stromkreis oben in der Lüftung aktivieren. Wir verdanken das alles, Judy und ihrem unerreichbaren Traum, mehrere Herdplatten gleichzeitig zu benutzen. Aha. Okay. Gut. Also, auch Questgegenstand. Wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen, ohne den Terminal zu hacken, so wie ich das hier sehe. Keine B-Dit ausprobieren, wenn man das eh noch mal gemacht hat. Gut. Schauen wir jetzt noch mal um. Das scheint normal Schlafraum zu sein. Oder ist ein Schlafraum, ganz offensichtlich. Wie es mir hier geschlafen hat. Ob das sein Blackwell war oder ob das eh seine Mitarbeiter waren oder Gefährten. Oh, hier haben wir Judys Terminal. Ja, von Judy hat man ja gerade schon lesen. Die hat ja wohl gekocht. Na, dann gucken wir uns mal Judys Terminal an. Persönliche Aufzeichnungen. Was mache ich hier nur? Hier bin ich also. Ich sitze mit meinem Vater unter der Erde fest. So hatte ich mir mein letztes Jahr an der medizinischen Hochschule nicht vorgestellt. Aber als er zu mir kam, er beharrte darauf, dass wir verschwinden müssen. Dass wir verfolgt würden. Ich sollte ihm dieses eine Mal unbedingt trauen. Was immer schwieriger wird, je schlechter es ihm geht. Aber in seinen Augen habe ich erkannt, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Und er ist nicht in der Verfassung, um alleine hier zu sein zu können. Also bin ich hier. Ich, mein Vater, Senator auf der Flucht. Und ein Stapel Bücher, um das jüngste Gericht zu überstehen. Vielleicht habe ich Glück und mein Vater ist einverstanden, dass wir in einigen Tagen wieder nach draußen gehen. Ah ja, seine Tochter. Okay, Judy. Gut. Nächster Eintrag. Jüngstes Gericht. Also sprich wahrscheinlich der Tag, dass ein Tageskrieg ist. Was für eine Scheiße. Kurz und knapp. Allerdings. Das Leben ändert sich. Das Pflanzenwachstum draußen gerät völlig außer Kontrolle seit... Seit... Ich kriege das jetzt nicht hin. Ja, ich habe den Kopf total zu. Na, ich wäre nach so einem Erlebnis, wenn dann die Bombe fallen. Man kriegt da noch was vernünftiges auf die Reihe. Logisch. Nächster Eintrag. Das Leben ändert sich. Zweiter Versuch. Okay, nochmal von vorn. Das Pflanzenwachstum draußen gerät außer Kontrolle. Der Haupteingang ist schon fast überwuchert. Bei diesem Tempo müssen wir die Wurzeln verbrennen, um die Aufzüge verlassen zu können. Mit den Tieren fällt es sich ähnlich. Ich habe neulich eine Mücke gesehen, die so groß wie ein Hund war. So laut habe ich seit der Highschool nicht gekreischt. Das hat mir wenigstens ein neues Ziel im Leben gegeben. Ich möchte unter keinen Umständen jemals sehen, wie diese Dinger Blut saugen. Niemals. Ja, kann man verstehen. Mentats sind der Schlüssel. Ich habe verschiedene Medikamente bei meinem Vater ausprobiert, um zu sehen, wodurch er klar bleibt. Erstaunlicherweise haben bisher Mentats am meisten geholfen. Ich dachte immer, das wäre eine Partydroge für Halbstark und Besserwisser. Aber sie machen ihn heller. Was zuletzt notwendig war. Neulich kam er zurück voller Matsch und sagte, er hätte eine Riesenfehlermaus gesehen. Das ist mal was ganz Neues. Ich habe an einer Rezeptur gearbeitet, die dem Zeug aus der Apotheke recht nahe kommt. Sie enthält mehr unheimlich aussehende Pilze, als mir lieb ist, aber besser als die Alternative. Heilige Mutter Gottes. Ich habe eine Riesenfehlermaus gesehen. Heilige Mutter Gottes. Ich habe eine Riesenfehlermaus gesehen. Und sie hat mich gesehen. Sie ist mir bis hierher gefolgt. Papa hat recht. Wir müssen ab jetzt viel vorsichtiger da draußen sein. Ja, von wegen Riesenfehlermaus. Auch Brandbestie genannt. Okay, das war ja ganz nett hier. Okay. Das eintragt oder die Einträge hier von Judy zu lesen. Seiner Tochter. Weil Judy Black will, um genau zu sein. Okay. Ich denke, wir müssen jetzt hier irgendwie nach unten. Wir werden hier mal den, ich versuche mal hier den schnellen Weg zu nehmen. So, ab durch die Decke. Ja. Wer da noch eine Deckenfahrt, Kleidung, wer da etwas länger dauert. Aber ungewöhnlich, dass die da oben ihr Quartier hat. Nun gut. Jeder, der möchte. Gut, gucken wir uns hier mal kurz an der Küche noch rum. Eichhörnchen am Ziel. Dankeschön. Man sieht jetzt alle über die Haare hier halten. Hat erstaunlich. Okay, okay. Gut. Kleiner Susengopf. Aber Judy, ja wunderbar, ist ja nun lange nicht mehr darüber, wie ihr immer noch Essbart findet. So, Abraxopissenmittel. Hier noch. Frank, nichts weiter. Gut. Irgendetwas nettes Bauchbares. Oh, ein bisschen anders verkleidet mal innen drin. Keine einfach eine Bunkerwende, sondern ein bisschen holzgetiefelt. Na schön. Der rote Schöne-Generator ab und zu klempern. Bei der Gelegenheit hoffe ich doch, dass wir vielleicht hier auf der Seite auch noch einen Lagerraum finden. Na, mal komm. Hier haben wir noch einen Fusionsgenerator. Ne, hier ist ein einfacher Strobgenerator, ein Dieselgenerator sozusagen. Fusionskern wäre jetzt noch nett gewesen, aber auch nicht unbedingt notwendig. Haben elf Stück dabei, wir sind also im Inventar. Und im Stash liegen auch noch einige im Lager. Also in unserem Camp. So, dann müssen wir hier, ja, hoffentlich irgendeine Werkbank vielleicht auch vorführen. Sehr schöne Laborstatt. Dann können wir jetzt mal den Schrott jetzt erstmal kurz klein machen. Ist schon mal sehr praktisch. Wollen wir uns dabei haben. Den aufläufigen Schrotflinte haben wir hier eingesammelt. Ein Schwarz-Pulverweber kommt der denn her. Und eine 10 mm Panzerbrechende Maschinenpistole. Wecklamilzigen, Stahlschreut. Sehr schön. Ja, sehr gut. Rüstung haben wir jetzt nichts zum Vernichten. Okay. Mal kaputte Terminal. Hier haben wir noch irgendeinen Ordner. Ach so, das ist keiner. Den wir jetzt hier irgendwie auslesen könnten. Na gut, gewesen. Kochplatte, Blecherblas. Ja, die können wir alle mitnehmen. Sehr gut. Wollt ihr umkommt, braucht ihr Besuch keiner mehr. So, so, so. Ist ja der Ölkanister. Bin es ja wunderbar, aber auch. Das ist doch sehr nett. Gut. Aber ansonsten sieht es den anderen Bunkern der Freien Staaten sehr, sehr ähnlich. Kann man ja mal sagen, die haben sie doch alle aus ebenem Guss gebaut hier. So, hier ein bisschen anders. Das finde ich auch sehr nett, dass man sich hier doch recht wohlfühlen kann. Also jedes Mal haben sie was Neues entdeckt. Also das finde ich besser gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass hier nicht einfach nur so ein... Ja. Weil sie den Begriff dafür so ein Plain Plate verwendet haben. Gleiche Elemente, aber doch immer ein bisschen anders aufgebaut. Sehr, sehr gut. Da haben sie sich müh. Das ist nur eine Nachricht oben drauf. Nee, nee, ich kann mal nicht lesen. Aber ich glaube, ich habe draußen noch irgendwo eine Nachricht gesehen. Wo war denn das? Mist, wo war denn das? Ich glaube, oben hing noch irgendwo eine Nachricht, wenn ich mich richtig entsinne. Ach, ja. Wo war einer der Türen? Hatte ich was gesehen? Mal schauen. Oder war das hier im Moment? Da hängt was. Genau, das hatte ich gesehen. Nahrungsmittel knapp. Lesen wir das mal. Nahrungsmittel knapp. Geh nach Berkeley Springs. Genau westlich vom Höheneingang aus. Geh die Checkliste nach draußen gehen durch, bevor du Lust gehst. Aha, um noch mal am Ausgang eine Checkliste denken. Okay, gut. So, also hier haben wir mal weiter. Wo haben wir jetzt? Also die Waschküche hatten wir gesehen. Ah, hier eh eine Tür. Ah, die Toilette. Sozusagen die haben es beiebenen. Oh, noch eine Toilette sein müssen. Wer hat dann in der Dusche geschlafen? Vielleicht der Leibwächter oder so. Wer weiß. Gehen Platz mehr habt. Silbergabel, Armee Munitionstasche. Und hier haben wir wohl das Schlafzimmer von Sam Blackwell. Das würde ich jetzt mal so interpretieren. Schauen wir mal, ob ich gerechter habe. Was macht der mit Bibi Rassel? Sie haben ja jetzt die Gnaden. Und liegt noch eine 10mm Pistole? Das sollte man am Bett haben. Ganz wichtig. Ich habe so eine Nachricht namens Judy. Mal sehen, was er über seine Tochter schreibt. Judy, mein kleines Mädchen ist tot. Wegen meiner Entscheidung. Lass ihren Tod nicht umsonst gewesen sein. Wow. Oh, das ist natürlich schrecklich. Wenn dein Vater das Kind verliert, das muss eher eine der schlimmsten Geschichten sein, die man als Vater erleben kann. Das möchte man sich nicht ausmalen. Oh je. Okay. Also das war wohl richtig. Also das muss wohl Sam Blackwells Partie gewesen sein. Gut. So, jetzt müssen wir jetzt mal weitergucken. Ah ja, hier kommen wir jetzt durch zum Sicherheitssystem. Es ist ja interessant, dass das hier noch viel tiefer reingeht. Gut, dann werden wir mal jetzt unseren Handabdruck hier registrieren. Trotz Power-Rustung. Daten aufgezeichnet. Sogar an der Wert. Hervorragend. Deswegen bin ich mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Mhm. Das ist aber nur tiefer rein. Aha. Ah ja, sein Büro ihr habt offensichtlich. Okay. Erkundet den Sicherheitsraum des Bunkers. Also nochmal so weit ähnliche wie in... Ah, da ist Tastenfeld. Mhm. Da habe ich definitiv noch Notiz und Hulu-Bahn direkt schon gesehen. Und nochmal ein Terminal. Das scheint doch zu funktionieren, ja. Oh, da haben wir noch ein Skelett. Höchstwahrscheinlich das Skelett von Sam Blackwood. Hat der da noch was in der Hand? Das sieht beinahe so aus. Ja, hat er tatsächlich. Eine 10 mm Automatikpistole. Hat sich ja ordentlich vorgesorgt. Okay. Hören wir uns erstmal das Holoband an. So geht es weiter. Ja. Ihre Tochter Judy ist eine fressige Frau, Senator. War leicht zu finden. Sie stecken ihre Nase in Dinge, die sie nichts angehen, Samuel. Und dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Wir haben sie im Visier. Und ihre Familie. Sie sind gewarnt. Das ist eine recht erpresser Nachricht hier. Aber mit Namen. Was ist das für den Untertitel? Da weiß man, wer der die gesprochen hat. Hier ist noch eine weitere Nachricht. Verpiss dich, Sam. Gib auf, Sam. Die Entscheidung wurde getroffen. Die automatisierten Silos werden in Appalachia gebaut. Wir werden dasselbe Frühwarnsystem erhalten wie alle anderen auch. Aber, falls du auch nur ein Wort über diese Timing-Diskrepanzen verlierst, die deiner Meinung nach zwischen den militärischen und zivilen Warnsystemen besteht, dann sorge ich dafür, dass du den Rest deines Lebens in einer Gummi-Zelle, äh, Gefängniszelle schmorst. Du wirst keine Panik auslösen, Sam. Wir werden diese Diskussion nicht noch einmal anfangen. Run set. Mhm. Also er hat sich wirklich ordentlich Feinde gemacht. Der hat das alle durchschauend. Und das war, ja, dann wo sein Ende? Ja, offenweise Aktenstrenge hier. Oh, Geheimdienst-Memo 16.8.77. Na ja, lesen wir das mal. Top Secret. Nur für Geheimdienstkomitee. Ja, da war er ja Mitglied. Senator, dass Sie der Finanzierung dieses Kongress-Bunker-Projekts nachgegangen sind, war genau der richtige Schritt. Die Modusmaschine? Voltech, Mitglieder unserer eigenen Regierung. Die stecken alle unter einer Decke. Ich habe viele Anzeichen dafür gesehen, dass das Landwirtschaftsministerium bei dieser Geschichte eine überproportional große Rolle spielt und einen direkten Draht zum Präsidenten hat. Minister Eckert steht im Mittelpunkt dieser ganzen Affäre. Davon bin ich überzeugt. Aber es würde mich nicht im geringsten überraschen, wenn die Sache bis ganz nach oben ginge. Das war ein bisschen ungünstig mit den Doppelpunkten, die fehlen oder den Ü-Punkten, die fehlen manchmal weiter. Prägen Sie sich diese Zahl gut ein. 417604. Das muss dann wohl auch der Zugangscode sein. Aber den werde ich mir auch mal gleich mal notieren. Das muss jetzt mal sein. 417604. Da haben wir gerade Tastenfeld schon gesehen. So, mal weiter. Es handelt sich dabei um die Rechnungsnummer einer von Eckert veranlassten Bestellung des Landwirtschaftsministeriums. Zielort der Bunker. Es heißt, die Bestellung sei Teil der Automatisierungspläne der Einrichtung. Aber das ist eine Lüge. Die Rechnungsnummer 417604 steht für Experimente, Ausrüstung, Hightech und zwar jede Menge davon. Bei einem Teil dieser Geräte handelt es sich um Ausrüstung von Militärstandard, Senator, biologische Kriegsführung, Experimente an Menschen. Sie bereiten sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen oder noch wahrscheinlicher einen Krieg zu beenden. Ich werde diese Spur jedenfalls weiter verfolgen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Aber Sie sollten auf Tauchstation gehen, Senator. Wenn diese Leute erfahren sollten, dass wir Ihnen auf die Schliche gekommen sind, müssen wir vermutlich mit dem Schlimmsten rechnen. T-Punkt. Aha, wieder T-Punkt. Und wir haben an seinem Terminal schon gelesen hatten. So. Möglicher Code. Geheimdienstrechnungsnummer 41780. Die hat uns sogar gespeichert. Die hat wirklich ja sehr nett. Oh gut. Schauen wir mal, ob wir noch zu finden können unter Umständen. Vielleicht haben wir ja noch nicht alle gesehen. Überall. Nö, 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 nischt. H-Klammern. Hosen, Hosen, nö. Hier in den Aktenschränken ist nichts weiter. Das ist eigentlich der einzige Hinweis immer. Wir haben hier noch eine Notiz liegen. Besprechungsnotiz des Komitees. Na, lesen wir die auch nochmal. Anhörung vor dem Senatskomitee zur Kernenergie. 26.11.76. Fortsetzung der Transkription. Seite 384. Senator Clark. Ähm, Herr Vorsitzender, ich möchte das Komitee daran erinnern, trotz aller Umweltbedenken, die ich natürlich teile, dass es sich bei den betreffenden Uranvorkommen um das Größte unseres Landes handelt, nicht nur der Ostküste. Eine Aufhebung der Abbausperre würde unsere Versorgung sichern und die Lieferzeiten verkürzen und ich muss bestimmt niemanden daran erinnern, dass es sich um eine Ressource handelt, die für unsere große Nation täglich wichtiger wird. Senator Blackwell. Und ich, Herr Vorsitzender, möchte das Komitee nochmals darauf aufmerksam machen, dass mein Kollege, Senator Clark, erst kürzlich einen großen Anteil an Atomic Mining Services erworben hat, wodurch sich ein eindeutiger Interessenkonflikt ergibt. Senator Clark. Ich zeige Ihnen gleich einen Interessenkonflikt. Komitee-Vorsitzender, würden die Herren bitte wieder Platz nehmen? So, Herstellungsgegenstände freigeschaltet. Uh, Tesla-Bogen, Kampfrost und Bus-Teil. Sehr interessant. Gut, da haben wir auch noch ein Save. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, was wir brauchen können? Mal schauen. Erst mal entsperren. Schau mal. Ich glaube, das war nichts. Gut, das war hier. Ist ja alles. Ah ja, ist ja auf der rechten Seite. So, ganz klein, ein bisschen weiter. Ah, sehr weit rechts diesmal. Kann eigentlich hier so sein. Genau. Haben wir jetzt schon. Raketen immer. Und gut, die Rakete darf erstmal da bleiben. Die Raketen werden immer aber mit. Die können wir ja hinten an der Werkbank dann hier auch wieder vernichten. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt eigentlich nur einen einzigen Hinweis gefunden. Und was soll denn diese Terminal machen? Da bin ich ja mal gespannt. Also noch offensichtlich hin. Hm, offensichtlich hier Heimtyps sind. Ich habe gehofft, wie sich denn das Bild da hat. Da bin ich ja mal gespannt. Versuchen wir das mal mit dem Code. Ich hoffe, dann passiert nichts Schlimmes. So. Steht jetzt auch gleich rechts oben. Das ist natürlich praktisch. 4, 1, 7, 6, 0, 4. Fehler. 6-stelliger Code erforderlich. Hm, also der war nicht. Haben wir ausprobiert. Nun gut. Denn müssen wir wohl was anderes finden. Nun gut. Und Fernseher. Kann man den vielleicht einschalten? Ne. Nicht. Dann müssen wir uns wohl weiter auf die Suche machen. Gut. Damit würde ich aber sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald. Ich bedanke mich mal wieder. Ich bedanke mich mal wieder. Ich bedanke mich mal wieder.